Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zum Dankes-Video und einem kleinen Info-Video, wo eure Meinung gefragt ist. Als erstes vielen lieben Dank für die 200 Abonnenten, die wir am Donnerstag erreicht haben. Also gestern. Ja, ich bin sehr, es freut mich sehr, 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 nach dem ersten... Es hat nur einen Monat gedauert, von 100 Abonnenten zu 200 Abonnenten und das finde ich super mega geil, ihr seid die Besten, ey. Und das zweite, was ich ansprechen wollte in diesem Video. South Park ist ja gestern zu Ende gegangen, der zweite Durchlauf der PC-Version und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll um 16 Uhr. Ich tendiere für Ratchet & Clank Serien, also Ratchet & Clank Tools of Destruction, Crest for Booty, Crack Untime and Nexus. Nexus. Ja, da habe ich dann gedacht, ich wollte es aufnehmen, aber ich habe gedacht, nee, vielleicht kommt es nicht so gut an, mal schauen. Also würde ich euch mal fragen, was wollt ihr gerne um 16 Uhr auf meinem Kanal sehen? Ja, das ist die Frage. Was wollt ihr gerne sehen? Nur bedenkt, ich habe nur recht aktuell für EA-Spiele, Ubisoft, Koch Media, Deep Silver, Sony, Bethesda, Rockstar, ja, sechs Stück und den darf ich auf jeden Fall spielen, wenn ihr noch spielt. Ja, am liebsten, wenn mir von diesem Publisher irgendwas ausgewählt wird. Also ich bin persönlich für Ratchet & Clank Reihe, aber mich interessiert, was ihr seid. Ja. Gibt es noch irgendwas, was ich erzählen kann? Nö. Ja, dann nochmal einen vielen lieben Dank für die 200 Abonnenten, mittlerweile sind es jetzt schon 203. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin bei mehr Zuschauer, das würde mich sehr freuen. Man hört sich dann in den Videos wieder. Tschüssi.